5,5 Millionen Jugendliche unter 25 sind in Europa zurzeit arbeitslos. Das bedeutet fast 23 Prozent. Und in manchen Ländern ist die Situation sogar noch dramatischer, wie in Spanien oder Griechenland. Die Arbeitslosenrate erreicht über 50 Prozent. Doch es gibt Lösungen. Eine davon ist die Jugendgarantie. Die Europäische Kommission hat den Jugendgarantieplan für junge Leute unter 25 entworfen. Dieser Plan soll zu den besten Methoden zur Verringerung der Arbeitslosenrate zählen. Deswegen wurden alle EU-Staaten aufgefordert, solche Pläne zu implementieren. Dank der Jugendgarantien wird niemand vergessen. Jedes Land sorgt dafür, dass jeder europäische Jugendliche einen Job oder eine Lehrstelle, ein Praktikum oder jegliche andere Art von Weiterbildung spätestens vier Monate nach dem Schulabschluss oder der letzten Arbeitsstelle bekommt. Manche Länder wie Finnland oder Österreich wenden den Plan schon an. Und es klappt. Die Art und Weise, wie die Garantien gehandhabt werden, hängt von den verschiedenen Ländern ab. Ein Einheitsmodell gibt es nicht. Was zählt, ist das Ergebnis. Kein Jugendlicher soll mehr allein gelassen werden, ohne Unterstützung oder die Chance, einen Job zu finden. Die EU versucht den Ländern bei der Vorbereitung und Umsetzung des Plans zu helfen. Auch du kannst helfen, indem du dich einsetzt und für die Jugendgarantie in deinem Land wirbst. Was zählt, ist das Ergebnis. Untertitelung des ZDF, 2020